Nuss auf! Hallöschön! Und willkommen zurück! Hier sind irgendwo auf der... der von dem Berg runtergefallen. Tja, und wir leben noch! Wir sind da ganz knapp an diesem Rand hier gelandet. Ja. Ja. Ähm, nein. Nicht euer Ernst! Was? Habun? Wo? Ach da hin! Erkanntes aufhalten. Gibt's hier noch? Du musst doch nicht abschießen. Wir müssen erst das Ding hier referieren. Scheiße, schon wieder. Och. Nee. Du musst es zu mir locken. Versuchen Sie das Ding zu den Lasern zu locken! Komm! Komm! Beschütz mich! Beschütz mich! Beschütz mich! Beschütz mich! Kommt rein! Kommt rein! Kommt rein! Kommt rein! Kommt rein! Kommt rein! Oh, Alter. Ich bin gleich. Hey! Kommen Sie her und helfen Sie mir! Okay, ist es doch nicht. Was? Äh, ich schlinge. Ja, ich mache schon alles Mögliche. So, jetzt kommen wir uns wieder hier hin locken. So, jetzt kommen wir uns wieder hier hin locken. Pass auf. Dann muss ich Elms drücken, auf jeden Fall. Jetzt beschütz mich dann. Es muss da durchlaufen jetzt. Jetzt beschütz mich! Jetzt beschütz mich! Jetzt beschütz mich! Jetzt beschütz mich! Oh, wie viele Viecher da kommen, ne? Ja. Komm schon! Oh, Mann! Oh, Mann! Hast du nicht geschafft? Nein! Das war ganz knapp! Ach, scheiße! Jetzt muss die Generatoren wieder... Okay, sind wieder angekommen! Komm, wieder raus! Wieder raus! Wieder raus! Nicht auf das Vieh schießen! Nicht auf das Vieh schießen! Jetzt beschütz mich! Ich schaff das jetzt! 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 Komm, 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 komm! Mich greift ein! Ah, mich greift ein! Ja! Ich schaff das jetzt! Ja! Oh! Warte! Was? So, ja! Endlich, mein Viecher ist tot, gell? Ja! Mann, scheiße! Der hat so genervt! Einfach mal in Stücke gerissen! Ah, Gott sei Dank! Boah! Hey, das ist abartig! Ich glaube, alles hat mitgekommen! Ja, glaub ich auch! Wir müssen jetzt noch hochkommen! Ja, wieder klettern! Geile Sache, gell? Ja, sehr geil! Ich glaube, dass... Ob sie sich nicht wieder so'n Scheiß wie vorhin... Aber das ist schlimmer! Hehehe! Beide Seiten kommt ein Felsen runter! Was? Ja! Glaube ich jetzt aber nicht! Ach, du Scheiße! Was ist das? Ja! Was ist das? Ja! Was ist das? Was ist das hier? Ja! Ja! Oh Mann! Hey! Alles ist weit! Du bist ein guter Mensch, Isaac! Du hast getan, was du konntest! Hab ich nicht! Ich habe aufgegeben, Ellie! Es tut mir so leid! Hier muss es sein! Aber wie zum Geier sollen wir nicht die Rosetta finden? Sie muss da oben irgendwo ein Labor haben! Wir sollten nach einem Büro suchen! Nach Akten! Irgendwas mit ihrem Namen darauf! Damit kommen wir zum Eingang! Los! Hm! Lecker! Was lecker? Büro! Zu essen! Ja, Büro essen! Ich kletter schon? Okay! Kapitel 14 sind wir schon! Ja! Geil, ja? Mhm! Was zum... Scheiße! Aua! Alles in Ordnung? Nein, nur die Leiter ist kaputt gegangen! Ja, wirklich! Keine Ahnung! Ja! 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 Es läuft immer was schief! Ich habe kein Leben! Was? Mann, Scheiße! Ich habe kein Leben mehr! Brauchst du eins? Ja, aber nicht schlecht! Ich habe kein Leben mehr! Ja, danke! Jetzt! Okay! Bist du voll? Nee, aber reicht! Oh, hier kann man gleich sammeln! Ich habe nichts mehr! Hast du keinen Roboter? Nein! Lol! Du bist hier eng geworden! Äh... Irgendwie! Ich will nicht sagen, aber wir müssen zurückgehen! Ich kriege mal wieder nur Leben! Brauchst du Leben? Hast du viel oder das? Ja, ich habe viel Leben! Dann kannst du mir geben... Du hast gar nichts! Äh... Ich will nichts sagen, aber wir sind falsch! Äh, wir sind doch jetzt richtig! So jetzt! Aber vorher? Ja, weil du dich da bei einem Roboter hin platzieren konnte! So! Geil! Geil! Wo bist du? Ich erinnere dich! Äh... Da war was sehr, 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 sehr schnelles! Ach so scheiße! Noch schneller als diese Dinger! Das war superschnell! Ich habe kurz gesehen, da war es weg! Ich habe keine Chance, okay! So ne Scheiße! Das hat aber eine Taschenlampe gehabt! Taschenlampe! Geht's euch gut! Ja, das ist los! Toll! Die... Die eine ist... Bei mir gekriegt und guckt nach oben! Das sieht gut aus! Äh... Nicht gut aus! Nein! Da ist der Wichser schon wieder! Das ist los, als hätte Danik Zeit zum Sammeln gehabt! Verdammt! Wie sollen wir Rosetta finden, wenn sie seit 200 Jahren tot ist? Moment! Da! Rosetta Labor! Es ist hier! Perfekt! Schick mir die Koordinaten! Schicken wir, dass wir diesen Codex bauen können, bevor Danik uns findet! Wieder hacken! Ich glaube, du musst dich wieder beschützen! Und dann wieder... Ahhhh... Kritschbox! Okay, doch nicht! Warte, warte, warte! Da ist ja irgendwas! Das ist bestimmt wieder ein Artefakt, oder? Bauchler! Suchergewehr! Okay... Die schwarzen sind übel stark. Ja, aber war knapp, weil es geleckt hat. Es hat kurz geleckt, aber dann hatte ich das Leben unten. Ich so, was? Oh. Oh. Du Scheiße. Neuer Anzug oder was? Schau an. Und leer. Du beschützt dich, was? Ach, das ist der Anzug von Ding, vom Anfang. Echt? Ja. Warte. Nicht so aus. Irgendwie komisch, wenn ich... Du guckst mir gar nicht zu, wie ich mich umziehe. Oh mein Gott, wie mein Anzug aussieht. Okay. Okay. Nein. Ich werde jetzt kurz... Das war's für heute. Ah, ich habe jetzt mehr Platz, glaube ich. Jo. Mit dieser Anzug, oder? Ich glaube schon. Was? Wieso, ist da auch noch mal dunkel? Wie dunkel? Wollten wir ja sagen dunkel, also... Keine Ahnung. Oh man. Das ist mir auch Platz, auch. Das ist schön. Okay. 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 Ja, so Tempo echt schnell weg. Deine ist irgendwie schon sehr schnell, oder? Habe ich so gefühlt? Mhm. Was hast du gemacht? Alles Tempo, oder was? Ich habe doch die gekauft, also... Ja, halt mit Pläne gemacht. Okay. Okay. Nein, nein. Ich weiß nicht, ich habe schon. Nein, ich glaube das nicht. Bereit? Nein, ich bin gerade nass am Machten. Ich muss noch meine... Dinge hier... ...verbessern. Damit Schaden aufpumpen. Okay. Okay. Ah, das habe ich nicht vermissen. Schaden? 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 Nein, ich bin ja nicht, gell. Dauer. Also diese Dauer weißt du nicht, gell? Hm? Weil... Anzug, diese Dauer. Ja. No. So. Fertig! Okay, Dauerhaber, wir machen es mal. Nein, wir machen es mal zuvor. Das weiß ich immer so doppelt nach. Naja, meine Waffe sieht neuer aus. Ähm... Wo musst du ja hin jetzt? Nach hinten. Ja, nach hinten. Ich glaube es ist nicht so die gleiche Waffe wie du, ne? Auch mit zu fallen. Prost. Äh, okay. Was? Ja, Aufzug. Ah. Lass dich immer schrecken, Tuesday. Hey. Die Fische sind jetzt schon stark, gell? Ja, die sind schwarz, irgendwie. Die Fische sind jetzt schon stark, gell? Ja. Boah. Hey. Eli. Eli, mein Schatz. Was? Und das ist die Montagestation. Laut der Steuerung. Wir sollen einen Codex zusammensetzen. Wird logisch. Äh, nein. Laut Aufzeichnungen sind wir hier, um Rosetta zusammenzusetzen. Die haben sie in Stücke geschnitten? Oh mein Gott. Was für ein Scheißverlager. Die haben sie zerschnitten? Warum? Keine Ahnung. Aber es sind schon ein paar Stücke in der Montageeinheit. Ich glaube da vorne ist noch eins. Hier. Hier. Also. Hier müsste ein Behältnis sein, das mit dem Katalogsystem des Labors verbunden ist. Ja, da drüben. Okay. Mal sehen, ob ich es rein bekomme. Super. Okay. Mal sehen, ob ich das zur Montagestation schicken kann. Moment. Also. Oh mein Gott. Ich bin mir nicht daheim. Laut Unterlagen gibt es noch vier weitere Stücke. Diese wurden von Doctor Serrano aus der Liste ausgetragen. Die Einrichtung hat drei Gebäude. Wenn es noch weitere Stücke gibt, sind sie in einem davon. Oder in allem. Wie ich Schmidt bekommen habe, waren die meisten Türen versperrt. Tja, dann ist heute dein Glückstag. Sieh mal, was ich gefunden habe. Einen Sicherheitspass. Willst du es probieren? Warum nicht? Super, danke. Finde alles darüber heraus, wie man durch das Zusammensetzen von Rosetta einen Kodex herstellt. Ich sehe mich in den Laboren um und sammle den Rest von Rosetta. Ich sehe mich in den Kodex herstellt. Ich sehe mich in den Kodex herstellt. Ich sehe mich in den Kodex.